Viele von uns machen sich heute Gedanken wegen der hohen Kosten für Heizung und Klimatisierung sowie für die Warmwasserbereitung. Keine Sorge, es gibt dort das neue Heizsystem von Panasonic, die innovative Aquarea Luftwasser-Wärmepumpe. Aquarea ist optimal für Neu- und Altbauten geeignet und kann ineffiziente konventionelle Zentralheizungssysteme sogar ersetzen. Aufgrund des intelligenten Aufbaus wie die leichte Zugänglichkeit der elektrischen und hydraulischen Komponenten ist das Gerät schnell und einfach zu installieren und bei der Montage wird der Installateur optimal von Panasonic unterstützt. Die Aquarea Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als erneuerbare und kostenlose Energiequelle zum Heizen, Kühlen und für die Warmwasserbereitung. So sorgt Aquarea jederzeit für ein angenehmes Raumklima. Heizen im Winter mit effizienten Ventilatorkonvektoren, Heizkörpern oder Fußbodenheizung, Warmwasser das ganze Jahr über und Kühlen im Sommer. Für weitere Energieeinsparungen kann die Wärmepumpe mit einer Solaranlage kombiniert werden. Wir haben die Investitions- und Betriebskosten über eine Laufzeit von 15 Jahren für verschiedene Heizsysteme verglichen. Ölkessel, Gaskessel, zehn Jahre alter Monoblock. Aquarea Wärmepumpen von Panasonic. Die langfristig kostengünstigste Lösung sind Aquarea Wärmepumpen wegen ihrer hohen Energieeffizienz selbst bei minus 20 Grad Celsius Außentemperatur. Das Aquarea Heizsystem ist nicht nur kompakt und platzsparend, sondern auch leise und diskret. Die benutzerfreundliche Bedieneinheit hat eine leicht verständliche Menüstruktur. Das erleichtert die Inbetriebnahme und die spätere Wartung. Und auch von unterwegs können Sie mit der Steuerung per Internet die Raumtemperatur zu Hause kontrollieren und einstellen. Jederzeit, überall. Denn Aquarea bietet alle technischen Möglichkeiten von heute und ist mit Blick auf die Zukunft bereits jetzt Smart Grid fähig. Wenn Sie eine umweltschonendere und günstigere Alternative zu einer Gas- oder Ölheizung oder einem anderen System, zum Beispiel einer Elektroheizung, suchen, ist Aquarea zweifellos die innovativste und effizienteste Lösung. Aquarea Wärmepumpen arbeiten äußerst effizient und können auch bei niedrigen Außentemperaturen ihre Nennleistung und hohe Wasservorlauftemperaturen bereitstellen. Bei sinkenden Außentemperaturen wird mehr Energie zum Heizen benötigt. Viele Standardwärmepumpen können den steigenden Energiebedarf dann nicht mehr decken, weil ihre Leistung sinkt. Um die Heizanforderungen zu erfüllen, müssen Standardwärmepumpen dann eine Elektrozusatzheizung nutzen. Das ist jedoch nicht kosteneffizient. Mit Aquarea Wärmepumpen können Sie Ihre Energiekosten senken, denn die liefern auch bei niedrigen Außentemperaturen die volle Leistung. Möchten auch Sie bald einer von mehr als einer Million zufriedenen Panasonic Wärmepumpenkunden sein? Dann entscheiden Sie sich noch heute für eine Aquarea Wärmepumpe von Panasonic.